Ja, und da sind wir wieder beim Champions-League-Sieger angelangt, die darf gegen der Napoli ran. Wir sind ganz eier! Keiner mag mich! Den hole ich mir. Und dann spüle ich es wieder auf und auch wenn er so ein Schiff ist. Das ist so ein geiles Lied. Da gibt es ein ganzes Album von ihm. Ja, ich weiß. Ich geh nicht woher möchte. Ein bisschen Liebe braucht jeder im Leben. Oh Scheiße, könnte ich auch gleich so die Mitsing-Songs aufnehmen. Ich hab festgestellt, ich hab mir bis jetzt ein paar rausgeschrieben, so Songs, die ich immer mitsing. Das sind sehr viel deutschsprachig auch. Ja, bei der Englische singt man nicht so mit, finde ich. Ja. Keiner mag mich! So entschuldig, Leute, wenn wir das immer wieder zwischendurch singen, jetzt. Jetzt ist es. Na gut, los geht's. Napoli hat das erste Spiel verloren. Oh. 2 zu 0 gegen Dortmund. Southampton holt er sich an 1 zu 1 gegen die Bayern. In Ordnung hat die Bayern geboren. Das war's. 5-0 gegen 2 zu 0. 3 zu 0. 1 zu 0. 5-0 gegen 1. Oh, ups. Keiner mockt mich. Du kannst waschen, ich bin jetzt gespannt. Ja, du kannst es wirklich. Alter. Westergaard. Westergaard. Erstes Tor. Wenn man wieder kriegt Napoli ein Tor, wo man nicht viel dagegen machen kann, das... Uh, Pukki! Nein! Das wäre eine richtig geile Antwort gewesen jetzt. Ja. Nein! Uh! Schön alt. Ich glaube, Kaumann spielt beim falschen Verein. Ja, gut zurückgeholt. Alter, wo schießt du hin? Alter! Das ist ja so. Oh! 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 Nein! Gott sei Dank. Bist du der Papuki? Bin ich überrascht. Ja, ist gut. Das kenne ich auch nicht. Da dachte ich mir, weil das auch eigentlich Rock Metal nicht so ist. Nein, das spiel ich doch. Bitte? Nein, weil er nicht gespielt hat. Wie meinst du, was gespielt hat? Nein, weil er nicht gespielt hat, den Ball. Ach so. Oh! Das sieht mir auch stark. Ja, gerade wieder. Oh! 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 Ich habe nie vorgelegt. Napolin mit dem Ausgleich. Jungs! Oh! Oh! Was denn? Oh! 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 Steh! Steh! Oder bleib liegen. Oh! Oh! Oh mein Gott. Boah. Oh richtig. Oh. 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 Kommt auch genau so zurück noch. Oh. Oh. Schade. Dass ich den jetzt nicht runter gebracht hab. Oh. Schöne Buddy. Jupp. Und. Ich bin sehr überrascht. Von Pucki. Bitte. Ist das ein Andi Baum? Jupp. Hast du jetzt erst angefangen damit? Mhm. Oh. Dann bin ich da weit voraus. Merk ich grad. Warum auch immer. Oh. 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 Der Baumhundi. Der Andi. Der Baumhundi. Genau. Hahaha. Hahaha. Ja. Bucky bleibt noch drinnen. Der hat mich überzeugt. Oh. Oh. Schöne Westergaard. Schöne Westergaard. Viel zu lange zögernd. Oh. Schöne Westergaard. Ganz wichtiger Mann dahinten. Oh. Oh. Moment ist zu zu. Oh oh TTT Ich weiß nicht, was ich mit dem Typen gemacht habe, aber der kann schießen. Ich muss einmal erinnern mich bitte, wenn wir auswechseln, dass ich mir schaue, was der Schuss hat. Ich weiß nicht, was ich den Schuss gegeben habe. Bisschen danach der 1er 5er Kette manchmal, dass die da nicht so schnell nachrücken können. Da hast du aber Spaß. Da hast du aber Spaß. Da hast du aber Spaß. Bis der jetzt Fernschüss habe ich den 85 gemacht. Schusskraft 90. If you're going to San Francisco. Das ist auch geil. Global DJs sind Österreicher. Gut, wahrscheinlich ist einer dabei. Bist du teppert. War das für mein eigener? Nein. Ist das aber gut? Was? Der Remix. Ja. Kennst du nicht? Mann. Da sind Ölteile. Oh. Ich finde auch den Remix so geil von One Night in Bangkok. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. 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 Ja, er hat mir wieder sehr gut gefallen. Wieder sieht man seine Fresse nicht, weil er kein Tor geschossen hat. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Oh nein! Das war, wenn man den Stimmen durchkommt. Oh, gefährlich. Überzahlspiel in Napoli. Yes! Oh, der war eine knudeltet. Naja, eine knudeltet. Naja, aber der Kopf voll lobt. Eintrifft. Oh, wichtig. Da kann man nicht mehr viel ändern. Oh, der embedert hat sich Oh, der just war fundamental. Oh, der竄� Ja, hallo, mein treuer Fan. Ist er da? Ist er da? Er ist da! Ist er da! Ist er da! Ja, was hast du verpasst? Ein paar Spiele hast du schon leider verpasst, aber die kannst du ja dann nachholen. Nachher. Boah! Long! Fuck! Long! Hallo! Scheiße! Lang war er nicht am Feld. Verschießt er oder verschießt er nicht? Yes! Ja, freut mich, dass du es doch geschafft hast, obwohl es so kurzfristig war. Oh, wichtig! Ja, Southampton letzte Saison kein Spiel verloren. Jetzt das erste. Ein Punkt in zwei Spielen. Okay, du gehst schon wieder. Dann gute Nacht. Schön, dass du dabei geschaut hast. Kannst dir die Spiele in Ruhe anschauen. Sie sind wieder ein Top-Spieler dabei. Ja, bitter. Ein bisschen bitter ist es schon, aber verdient der Sieg. Damit punktet Napoli das erste Mal. Okay. Dr.